Eigentlich nur hier, weil wir Ronaldo sehen wollen und wir wollen, dass Ronaldo aufläuft bei seiner letzten Europameisterschaft und wir wollen, dass er ein Tor schießt und dann sind wir glücklich. Kiehl, begin zu kiehl. Kiehl, begin zu kiehl. Kiehl, begin zu kiehl. Kiehl, begin zu kiehl. Kiehl, begin zu kiehl.